Für einen Tag die Arbeitswelt der Politik kennenlernen. Genau das ermöglicht MME Goes Politics, das neue Format der Aktion Mitmachen Ehrensache. In Stuttgart beteiligen sich insgesamt 16 Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Die 18-jährige Lucy Korbe darf einen Tag mit Landtagspräsidentin Muchterem Aras verbringen. Ich hoffe, dass der Tag auf jeden Fall sehr lehrreich wird, dass ich vieles Neues sehe, eben auch hinter den Einblick sehen kann, wie das so abläuft von der Landtagsabgeordneten, der Alltag und was sie so alles macht. Und ich hoffe einfach, dass das ganz spannend wird. Durch den Tunnel, den nur Landtagsabgeordnete nutzen dürfen, ging es vom Haus der Abgeordneten rüber in den Landtag und ins Büro der Landtagspräsidentin. Der erste Termin führt Aras und Kober dann auf den Weihnachtsmarkt zum Stand der Nikolauspflege. Naja, das ist eine Momentaufnahme, einfach mal hinter den Kulissen zu schauen, wie läuft so ein Tag von mir beispielsweise ab. Das sind schon erste interessante Einblicke, wo sie vielleicht sich Gedanken macht, okay, wäre der Bereich vielleicht etwas für mich oder ist es komplett ausgeschlossen. Insofern ist es auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt. Für Aras ist es ohnehin wichtig, dass junge Menschen frühzeitig Einblicke in die Politik bekommen. Politik betrifft uns alle, auch die junge Generation. Und ich bin sowieso dafür, dass wir sehr viel mehr junge Menschen in die Politik einbeziehen sollten. Wir sollten mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Ich nehme persönlich mit zum einen, dass Politiker, Politikerinnen nicht unbedingt höher geschätzt sind, sondern total auch normale Menschen sind und dass man eben auch als junger Mensch, also junge Person auch Wünsche äußern darf und eben in die Politik weitergeben kann. Für die 18-Jährige, die im Sommer ihren Schulabschluss gemacht hat, steht noch nicht ganz fest, in welche Richtung sie beruflich durchstarten will. Nach dem heutigen Tag ist aber auch eine Karriere in der Politik nicht ausgeschlossen.